ich bin heute werden überrannt dritte fahrzeuge nach hinten gut alle klone sofort hätte die deckungen damit sie ins kreuzfeuer kommen für keinen von der pläne mehr vor den deckungen wählen so dürfte ich bedenken äußern auf die sequenz geduldig wir bräuchten einmal an außenposten 11 9 langer angriff die deckung nicht bedienen oder einnehmen ich bin für die schwecke in die blattung zu stellen habe ich gesagt nicht in den nahkampf ja er ist die sonde aufstieg was ist ne frage ich verstehe nicht ganz äh dieser ehrenhafte nahkampf ich habe keine lust dass die nachher von dem kx-230 überfahren werden der panzer ist nicht gefördert ich habe keine lust dass die nachher von dem kx-230 überfahren werden ich habe eigentlich nur drei beinigen ich bin hier ich bin hier sie kümmern sich da drum sie stehen doch so gut wie hinter den deckungen so fünf die hämmt scheiß halle ich bin hier mit mir die kämpf holst du dir da mit mir ich habe schon einen angefunkt die hämmt schon aufgeregt eins ist down weiter dann kommt sie auf der zweite ich finde schon der höchste ihre einheit ich mit anderen Käften Ok, haben Sie Ihren Predator gerade bevor ich hier abbekomme? Ja... Jaa... Haben wir auch noch? Sehr gut, dann werden Sie das für mich jetzt bitte mal das nächste Mal bei der Ex-Striebe, weil ich hier die Predator gerade los versteckt ist halt Ja, fast ausgesprochen Achso, ja, ok, ja Wente uns? Ey, oh mein Gott, oh mein... Ich könnte mir gut sagen, dass ich so richtig gut gewalt erzielt habe Mal wie? Weil ein Schlaf hat der Kapitän Blackrock den Befehl gegeben, ich habe einfach mal von Gott auf den Arsch gewählt Dann sagen Sie das Ihren anderen Kapitän, ich werde das nicht nochmal erwähnen Das Ding ist down Gut Ich glaube, ich bin wieder in Flotmanagement gekommen, sind Sie wieder anwesend nochmal? Was ist eigentlich bei Ihnen im Verkehr Fall? Warum sitzen Sie da rum? Stehen Sie auf und mit sich Waffen in der Hand? Sind Sie Captain Rex Captain? An die Städte ist die verletzten Berge und am besten diese provisorische Medic Station bringen Ja, alle verletzten Einmal alle verletzten zurück ins Medizinfeld Medizinzelt Ja, mein ich Sei einmal da hinziehen, bitte nach hinten Black ist auf dem Weg Ich glaube, dann ist der Herr hier jetzt... Ich habe die Schärfe in der Brust, die habe ich mit Buck da angerieben, Sir. Er sollte... Wir gehen das auch? Wenn sie ihn aufmachen, dann ist er vielleicht... Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Das ist ja ledig! Achtung, fliegende Dinger! Will die Abzug knallen! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht! Probiert, dass du die Linie in der Basis haltet, irgendwie. Steigt der Verweis! Deine Lorde! Hört diese fliegenden Dinger ab! Ich werde von allen Leuten mehr totgeschossen als von den Dinger. Das ist eigentlich eigentlich inkompetent. Oh mein Gott! Ist hier wer ein Medic? Oh mein Gott! Haben wir eine Buck-Granate? Sind sie Melken hier, ne? Ja, da vorne ist eine. Direkter. Nummer Flight! Wir müssen TX durch! Soll ich eine Buck-Granate sein? Ah! Perfekt! Perfekt! Okay, all wir vorne auf die Mauern gehen und Position halten! Gut, es sind ein paar Medics angekommen! Was der hell? Na, also ist kaputt! Private, was ist eigentlich ihr Problem? Wo ist ihre Waffe? Warum hat sie keine Waffe draußen? Wer hat ihnen ins Gehirn gekackt? Wo ist ihre Waffe? Wie wärs mal entsichern und gucken? Ich bin mir leid! Der Auge ist aus dem Gehirn! Okay, an alle Privates, äh, die Mauern, du Mann! Das macht das wirklich nicht so gut! Die sind sie nicht im Funk! In die Mauer Begegnung! Ja, einer, der voll... Die Mauer aber man! Sargent sorgt sie mal für die Umsetzung und uns eigentlich die Mauer mitzüglich! Die Mauer aber dann! Die Mauer aber dann! Die Mauer aber dann! Die Mauer aber dann! Los, los! Kommen sie mir ein bisschen berückschlippen, vielleicht Die Gang, ey, wer ist hier, wer ist hier unerwesend? Achso komm, komm. Mauern beim Mann, mal locker. Der rennt jetzt mal weg. Uff. Das sind alles komische Dinger. Ich werde aufpassen, ich komme jetzt jetzt keine komische Tücher. Heißt, auf jeden Fall die voller Linie. Nein, nein, nein. Könnten Sie wieder... Kommander, hätten Sie eine Backgranate? Kommander? 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 Hätten Sie eine Backgranate für mich? Ja. Ja, ich weiß sie nicht. Käpt'n bitte aktiv aus dem Punkt, wenn Sie sowas zu sprechen wollen. Ja, und was soll er denn aufnehmen? Da ist ein Schiff hart. Kommander. Links sind auch welche... Rechts sind auch welche. Wir sind im Singled. Blut übersteckung und fährt darauf zu schießen, weggestellung zu halten. Die Verzweifel sind zu flach, ey. Trotzdem dreht das Feuer auf das fliegende Objekt von der Basis. Kämpfen die Kommandozentrale, brennen. Wir haben keinen Feuerlöscher, können wir nichts machen. Gucken Sie, dass das Gebäude, gucken Sie, dass der Bereich geräumt wird. Ach du Scheiße, der ganze Außenkosten fährt. Wir halten unser ganzer Außenkostenpacke ab, unser schöner Außenkosten. So. Was ist hier breiter ist da auf das große Fingende Objekt von der Basis? Es ist down, es ist dauernd Feuer halten, Feuer einstellen. Wusstest du gar nicht, dass solche Tiere auf dem verlinken gibt, Käpt'n? Gebäude wie er sichern, wusste ich auch nicht. Nein, wie er das Gebiet sichern. No? V6. Ne? Ja? Ne? 335-489, CT-Captain, wir haben hier einen CT-Offizier am Boden, bei der äußeren Barrikade. Nein, Blackhawk, lebt der noch? Wie gesagt, dass er lebt. Oh, ist unser Zelt abgebrannt? Äh, ich weiß, welcher Bulli gerade in der Suche von Funk gefragt hat. Ja, ich war schon hier. Jetzt, Gott, ernst hat unser Zelt abgebrannt. Unser Zelt abgebrannt, ja. Mein, ja. So. Wie geht's weiter, geht's dir nicht, ein paar besser. Wäre ich das gefallen, lass dir doch um, danke, ein Abo. Bis nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.